Nein. Ach so. Wir haben festgestellt, dass es nicht geht. Ah, über USB. Wunderbar. Okay, alles klar. Das kommt über den Mixer rein. Das kommt über den Mixer rein, das Audio-Könne-Hinal. Genau. Okay, das ist das Erste. So, dann. Wir grüßen euch. Geht's? Ja, klar. Geht's, 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 geht's. Das war auf 800 vorgestellt. Medium habe ich. Medium und Mobile. Medium, Normal und Mobile. 800 glaube ich. Okay, wunderbar. So, wir grüßen euch. Ich hoffe, dass ihr uns hören könnt. Und sehen und spüren. Wir senden heute in hohe Qualität, wir testen das wieder. Hohe. Abgestürzt. Ich weiß nicht. Es rückelt. Es rückelt sich auf Low Quality ein. Es rücke jetzt. Wo ist das? Genau, ich weiß nicht. Aber die haben wir noch gefeiert. Es rückwärts. Und, was... Und, was so ist das eine Write-Inde-Mann, die für das ist. Und, was ist das eine Write-Inde-Mann? Wahrscheinlich hat die Leitung zu viel Bier getrunken. Ganz langsam. Die Antenne oben ist abgestürzt. Ist sie abgestürzt? Ja, ist klar. Geed hat keinen Empfang. Ja, man muss das immer vorher testen. Jetzt sind wir mit 1000 Kilobit. 800, 900, 700. Das geht immer. Jetzt wo du da bist, geht es wieder nicht. Okay. Die Leitung hat sich verleiten lassen. Schreibt Nijal. Okay, aber hier kommt nicht Hai und, also man sollte keine Experimente machen. Immer vorher testen oder sonst in niedriger Qualität. Das ist aber da, Hai und Lodschied. Das kommt da erst noch. Guck mal, hier ist es da. Okay. Das kommt erst noch, weil der noch nicht geladen hat. Vielleicht ist die Leitung durch die einen Strich zu langsam. Ja, dann grüßen wir euch und freuen wir uns auf einen schönen Abend. Ja, ein bisschen erzählen über das, was wir gemacht haben. Ah, gut. Hier kommt alles gut an. Dankeschön. Vielen Dank. Guten Abend Markus. Guten Abend alle. Ja, wir waren, Sabine und ich, in Frankreich. war ein wunderschönes Seminar. Hier schwarz. Und, äh... Ja, wir haben zwei kleine Seminare über Matrix Familiencode gemacht. Und, äh, das war sehr intensiv. Und dann ein Wochenendseminar über eben Talente und Erfolg und Geld. Erfolg im Sinne, dass, äh, wir sind gewohnt bei Erfolg, dass wir jemand anderem folgen und schwarzmagisch unsere Seele verkaufen. Und es gibt natürlich, wenn man sich selbst folgt, wir haben das Wort Erfolg verändert, indem man einfach auch sich selbst folgt. und das ist nicht immer gleich, wie wir das kennen, der Geldevolk kommt. Aber auf jeden Fall kann es sein. Aber, äh, kann auch später kommen, wie bei vielen, äh, Genie, die in der Welt, äh, noch nicht, ähm, einiges geleistet haben. Und die waren erstmal ein bisschen arm. Und deswegen ist GTV, die Funktion von GTV ist, äh, all diese Menschen so gut wie wir können vorzustellen, damit sie nicht erst wenn sie sterben, dann berühmt werden und die anderen auch daran verdienen. Wir wollen das beschleunigen und wir möchten, dass, äh, Wertschätzung und, äh, Erfindungen nicht irgendwann, so wie die vielen Künstler dann genommen werden, eingenommen werden und verkauft werden, sondern dass die, die erfinden, äh, äh, die Wertschätzung der Gemeinschaft erfahren in alle möglichen Formen. Und das ist unser Weg und da möchten wir weitermachen. So, alle neue Produkte, alle neue Ideen, alle Erfindungen, alle methodische neue Erneuerungen, dass es nicht anstrengend ist, sondern dass es, äh, ähm, die Gemeinschaft ein bisschen mehr darauf eingeht, wow, du machst was Neues, Tolles, Schönes und, ähm, wunderbar und, äh, dass das so schnell wie möglich, ähm, ähm, ja, Resonanz kommt, für die, die Neues erfinden, erschaffen, erfüllen. Das ist, äh, unsere Botschaft, das ist unsere Arbeit, das haben wir in Frankreich erlegt. Es ist wunderschön, das zweisprachig zu machen. Es ist eine ganz andere Tiefe, eine ganz andere Intimität. Und, äh, Publikum unterschiedlich natürlich von, äh, Immobilienmakler, Finanzmanager, Ausfrauen, ähm, Pädagogen und, äh, Therapeuten, keine Geschichten erzähler, die sind hier, und, äh, ja. Und das haben wir erlebt. Ja, ähm, ja, ähm, wir bekommen jetzt täglich eins, zwei Anfragen, es ist viel in Bewegung, viel, ähm, ähm, bereitet sich vor. Dario, ähm, hilft ja, ähm, eben, dass alles top ist, für den großen Ansturm, der schon stattfindet, auf die neuen Medien, auf uns, und, äh, das, sobald die Großaufträge kommen, und, äh, ja, in vielen Städten ist ein bisschen Bewegung, damit sie auch dann anfangen. Wir werden auch Alsace-TV machen, das wird im November sein. Was für ein TV? Alsace, äh, so Elsass. Alsace, ist das nicht in Elsass-Dodring, Gebirge? Das ist, spricht man Deutsch und Französisch. Ah, das ist das da, okay. Und, äh... Keiner schreibt. Ja. Keiner hat uns lieb. Keiner schreibt. Ich schreibe Tras, einen Abend. Tras ist irgendwie krass. Sabine winkt. Hast du geschrieben? Ja. Seit wann heißt du Sabine? Weiß nicht. Okay. Ja, und, äh, ja, ich wollte, ähm, du hast zwei Technik-Sendungen gemacht, und dann zwei, ähm, Spaß, so für dich. Ich hab gesehen, dass du auch getanzt hast. Spaß ist vielleicht ein bisschen... Ja, aber eine Frage, warum, äh, traust du dich nicht, äh, weil ich finde das gut, ne, dass, äh, jeder eine eigene Dimension macht, so wie Sabine, ne, warum traust du dich nicht auch eine eigene, wenn du da bist, ne, du fährst morgen, ne? Ja. Und, äh, wenn du wieder kommst, dass schon klar ist, dass du deine halbe Stunde eigene Sendung machst, ne, ähm, man traut sich weniger, wenn ich da bin, da denke ich, Mensch, bin ich so ein böser Wolf, oder wie, oder schüchere ich? Stimmt schon, als ich allein war, war anders, also, ich bin mehr getanzt. Ist für Sabine auch, du hast getanzt sogar, ne, ist ja Wahnsinn, ne? Ich hab auch mehrmals eine Meditation gemacht, es ist so, wenn ich allein bin, hab ich die komplette Verantwortung über die Sendung, und dann geh ich komplett den Impuls nach, und wenn du die Sendung machst, machst du die Sendung, dann warte ich auf deinen Impuls, weißt du? Ja, klar. Weißt du, dann bist du so der Headmaster. Ne, ne, das ist klar, wenn ich, äh, dann geh ich, und dann gestalte ich einfach eine Sendung, aber... Wenn du mittendrin weggehst, hast du ja auch schon manchmal gemacht, das ist auch doof, weil ich da nicht schon vorbereitet bin. Ja, aber eben... Weil, bevor der weiß, ich mach die Sendung, dann ist das irgendwie ein Anlass. Ja, aber was ist meine Frage ist, warum, Mama, sagst du nicht, äh, ich möchte ein bisschen meine Dimension machen, ich mache jetzt von bis dann meine Sendung. Keine Zeit. Ja, warum hast du plötzlich, du gehst immer um 10 Uhr im Bett, und jetzt, wo wir weg waren, um Mittelnacht, warst du immer noch anwesend. Ja, weißt du das? Ja, da kann man es über Skype sehen. Gestern Abend auch, ne, es war mitternacht, was das noch war. Ja, hochladen, na gestern, ja, wir waren mit Hochladen beschäftigt, gestern ging die Sendung ein bisschen länger, die war sehr tief, die war nicht Spaß. Aber eben, das ist auch für Sabine und auch für andere. Okay, wie ist es mit der Technik Sendung, die hast du zwei gemacht? Ja, ähm, es ist sehr, sehr viel Information auf einen Haufen, wurde gesagt, im Chat. Ach so. Ich habe halt versucht schon, es ursprünglich zu erklären, zu zeigen, langsam zu erklären, zwischendurch auch Pause gemacht, im Chat gelesen und kurz auch anders gemacht. Das heißt, wenn du die nur als Technik Sendung senden willst, müsstest du vielleicht ein Stück rausschneiden. Das habe ich gemacht, ich habe eigentlich alle Funktionen, die momentan bei Experten sind, gezeigt. Also, das können wir jetzt in die Schleife auch machen. Genau, aber wie gesagt, da ist noch was drin, was halt nicht mit der Technik genutzt, sondern mit dem Tag. Mit dem Tag, ja, ja, das ist klar. Aber, also, ich sehe schon... In den nächsten Sendungen werden dann halt andere generell, Joomla, Skype, so... Genau, so eine Reihe, wo schon alles geschrieben ist, wo schon bekannt gegeben wird, wo vielleicht machen wir in Facebook auch eine Gruppe Technik. Technik bei Dario. Genau. Und eben, dass die Reihe folgen, dass es dann eine Playlist, dass die Leute sich das auch danach anschauen können, und die richtige Suchwerte dann über Suchwerte zu finden ist. Ich habe schon gesehen oft, dass wir hatten so schnell auf die Schnelle von Livestream ein paar Tutorials gemacht, so als wir die Ausbildung gemacht haben, und das wurde schon angeschaut. Manche sind schon... Ja, natürlich. Wenn man es an der richtigen Stelle platziert, dann hast du ganz viele Klicks. Klick, 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 klick. Genau, und das heißt... Ich habe auch günstig meine Visitenkarte platziert, da kriege ich ganz viele Aufträge. Genau, auch dass eben die Leute, die das sehen wollen, das wissen, und die, die das nicht interessieren, auch es wissen, dass es jetzt nur Technik ist. Genau, dass es Feuer ist. Ja, 20 oder 15 Minuten, was weiß ich, sowas wie 20, 19 Uhr 15 Technik, ne 45 bis 20 Uhr Technik, dann eine halbe Stunde deine Dimension, und dann kann ich, oder kann jemand anderen, oder können wir einfach auch gucken. Ja, habe ich schon vor zu machen, aber es ist jetzt noch nicht geschafft, vielleicht schaffe ich es, wenn ich zu Hause bin. Da sind aber auch mal ein paar Sachen noch aufzuarbeiten jetzt. Ne, wir können das machen, wenn du wieder da bist. Oder so, okay. Wann bist du wieder da? Ich warte erstmal ab, was die Jobs hinter sagt. Okay. Dann mache ich die nächste Planung, die nächsten Monate quasi. Da gibt es noch ein paar andere Sachen, die ich tun will. Okay. Wunderbar. Gut. So, ob du gute Träume hast. Was? Wo denn? Hast du letzte Nacht gute Träume, auf gutem Schlaf, wenn bei euch schwarz ist, bitte für die Seite neu starten. Ja, immer. Traumlos, glücklich. Mal wieder da. Oh, ist die Seite schwarz? Hm, hier nicht. Black. Ich würde gerne mal eine andere Sendefunktion probieren, aber das dauert alles zu lange. Mal wieder. Mal wieder. Sind wir jetzt hier mit dem Broadcaster an? Ja. X-Bit. So. Du wolltest es doch nicht zeigen. Oh. Ich wusste nicht, dass das... Ich hatte das zum Tanzen eingestellt. Ah, okay. Ah. Ich habe immer vom Tanzen genommen. Die Kamera. Okay. Okay. Dann würde ich jetzt... Schlecht reduzieren. Du hast die umgestellt. Die stand schon richtig. Hä? Die hast du umgestellt. Die hatte ich schon mal verziert. Ja. Okay. Super. Ja. Wollen wir mal hier. Natürlich weißt du, ob man eigentlich sowas einfach an die Kamera zeigen kann oder ob es ja auch Überrechtsprobleme gibt. Ein und Karten. Ne, das würde ich nicht machen. Ah, die Sonja, Ariel von Staden. Kennt ihr die? Ne, das würde ich nicht machen. Die haben wir schon interviewt. Habe ich gemacht. 14, 2, 3 Tage. Aha. Ja. Hast du gesagt, von wem das ist? Äh, nein. Vielleicht machen sollen, ne? Und ein und Karten von... Nein, ich meine, die freut sich, ne? Das ist natürlich... Schleichbar. Die sind toll, die Karten. So, Dario, kannst du auch für diesen Abend eine schöne Ein- und Karte ziehen. Das wäre toll. Wir haben gerade darüber geredet, ob das urrechtlich okay ist. Ne, wenn du sagst, ne, wenn du sonst sagst, die sind von denen und denen. Okay. Dann denke ich, dass es okay ist. Die freut sich, dass wir ihre Karten zeigen. Also ich habe diese Karten, eine Ein- und Karten von Sonja von Staden. Die lebt jetzt auf Ibiza. Die hat ein tolles Ding auf Ibiza. Mit ihrem Mann. Wir sind gut befreundet. Okay, das wusste ich gar nicht. Und äh... Haben wir auch interviewt. Schau mal. Kannst du das in die Kamera zeigen, Jeet? Mit Dario war schön. Die junge Energie spielt viel länger und holt die eigene Jugendlichkeit dann hervor. Ja, gerne. Wie gesagt, für mich ist wichtig, dass man das sagt, dass es klar ist im Voraus für die Zuschauer auch, wer und was. Wer, wie, was. Wieso, was, warum. Wer verkauft. Okay, dann übergebe ich dir, Dario. Was, wieso? Wieso? Ja, die wollen alle. Die wollen nicht? Dich. Dario, Dario. Dario. Ich hatte nur Kraft und Ernstes. Na gut. Also, ich habe hier eine Einhornkarte gezogen von Sonja Ariel von Staden. Warum sehe ich das nicht? Jetzt lassen die mich allein hier. Ich habe die Karte gehabt. Epona, Hüterin der Pferde und der fruchtbaren Natur. Als Hüterin der Erde und ihrer Natur wache ich über alles, was lebt. Mein Geist schwingt auch in dir, denn auch du bist ein Kind der Erde. Die Erde ist ein wunderschöner Planet. Alles, was auf ihr wächst und gedeiht, ist heilig. Jede Seele, die auf ihr wohnt, verdient ihre Liebe. Und sie selbst verdient ebenso Liebe, Respekt und Schutz. Du kannst helfen, die Erde und alles, was auf ihr wohnt, zu schützen. Epona, Hüterin der Pferde und der fruchtbaren Natur. Also lasst uns gemeinsam Mutter Erde schützen. Beziehungsweise schützen kann sie sich selbst. Die Erde braucht uns Menschen nicht. Aber wir brauchen die Erde. Was wir machen können, ist Mutter Erde unsere Liebe zu zeigen. Und zwar gibt es dafür eine Meditation. Ich weiß jetzt zwar nicht, wo ich die her habe, aber... Nimm alle deine Liebe, die du für Mutter Erde empfindest, zusammen. Form daraus eine goldene Kugel. Fühle sie ganz an deinem Herzen dran. Pack alle deine Liebe hinein, die du für Mutter Erde empfindest. Wenn du durch die Wälder gehst und die Sträucher und Blümen genießt, sie überall wachsen. Und den Geruch von frischem Gras. All das kommt von Mutter Erde. Die Liebe für all das packst du in diese goldene Kugel hinein, die an deinem Herzen ist. Stell dir vor, wie sie größer und größer wird. Gefüllt mit deiner Liebe. Jetzt nimm diese Kugel und stell dir vor, wie sie zu Mutter Erde hinabgleitet. Ins Zentrum. Mit deiner Liebe gefüllt. Mit deiner Liebe für Mutter Erde. Und jetzt warte einfach. Warte auf die Antwort von Mutter Erde. Sie wird dir auch ihre Liebe zeigen. geliebtes Menschenkind. So wenn du ihr deine Liebe zeigst. Spüre es im ganzen Körper. Atme es in jede Zelle. Diese wunderbare Liebe. Und Mutter Erde. Bedingungslos. aus. 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 Habt ihr alle Mutter Erde Antwort gespült? Füllt sie euer Herz? Tief es werdet, das nicht mehr, der sich selbst befindet. Es wird alle Menschen, die sich selbst befindet, die sich selbst befindet, die sich selbst befindet, und sie hat sich selbst befindet. Und nun spüren wir die Liebe, die wir für das Universum empfinden, für die Sterne und Planeten am Nachthimmel, für die Sonne und für den Mond. Für Vater Sonne, packen wir all diese Liebe wieder in eine Kugel, die an unserem Herzen ist. Sammeln wir all die schönen Momente, die uns an die Sonne erinnern. Wenn wir im Sommer uns in der Sonne sonnen und wieder vergessen haben, die Sonnencreme aufzutragen und mit Krebsroter Haut nach Hause gehen. Wenn es kalt ist im Winter und die ersten Sonnenstrahlen gierig den Schnee auflecken. All die schönen Momente der Sonne oder dem Mond. All das sammeln wir in unserer Kugel, die Liebe dafür. Und wir spüren, wie auch diese Kugel groß und größer wird. Und dann, wenn sie voll gefüllt ist, stellen wir uns vor, wie die Kugel ins Universum hinauf gleitet, zur Sonne hin, eure, unsere Liebe mit sich trägt, unsere Liebe vom Vater Sonne. Und jetzt warten wir, warten wir wieder auf die Antwort von Vater Sonne. Sie wird kommen. Hab Geduld. Herr Kuss. Herr Kuss. Herr Kuss. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Du bist ein besonderes Wesen. Du bekommst deine besondere Aufmerksamkeit. Mutter Sonne, Mutter Erde und Vater Sonne. Und all die Engel rund um dich herum, mit anderen Wesen wie Einhörner, Meerjungfrauen, Krebse und was es alles gibt. Alle sind da in der geistigen Welt, um dir zu helfen. Bitte sie einfach, dich zu beschützen, dich zu begleiten, dich zu berühren. Und sie werden es tun. Sie haben nur darauf gewartet. Sie begleiten dich ständig, auch wenn du sie nicht siehst oder spürst. Du kannst zum Beispiel deinen persönlichen Schutzengel bitten, dich in seine Arme zu nehmen. Und sich mit seinen Flügeln zu umschlingen, können wir diese Weichheit der Federn spüren, der Flügel. Und sich mit seinen Flügel. Wie man sie verfüllt, betastet, uns Geborgenheit schenkt und Sicherheit. weiter Spüre deine Kraft. 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 Ja, danke für eure Aufmerksamkeit. Es ist spannend, wie so eine Reihe von Impulsen einen zum nächsten führt. Und eine Einhornkarte zur Meditation und zum Tanz. Dabei haben wir heute noch nicht mehr ein Thema. Das, was sich gestern entwickelt hat, hat mich heute den ganzen Tag noch beschäftigt. Und ich bin dankbar für diese Erfahrung und ich entschuldige mich bei denen, bei denen die Sendung ein bisschen merkwürdig angekommen ist gestern. Mir liegt es fern, 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 irgendjemanden zu beleidigen oder zu beschimpfen. Ich liebe es fern, mir liegt es fern, mir liegt es fern, mir liegt es fern. denn im Grunde sind wir alle eins wir kommen alle aus derselben Quelle und gehen wieder in dieselbe Quelle wir spielen unsere Rollen auf dieser Welt die wir uns vorher ausgewählt haben und gemeinsam abgesprochen haben zum Teil mir fällt dazu eine kleine Geschichte ein die Melena mal erzählt hat zwei Seelen auf der Erde spielen zwei Brüder schon in früher Kindheit haben sie sich verstritten und das gesamte Leben lang nicht mehr gesehen und waren sauer aufeinander nach dem Leben treffen sich die beiden Seelen erhalten Rückschau auf ihr Leben und sagen, ja, das war ein cooles Leben lass uns das doch mal machen lass uns das wiederholen das Leben ist ein Spiel wir machen unsere Erfahrungen gute, schlechte oder nicht so angenehme aber genau dafür sind wir hier um uns zu erfahren wir schauen spannende Filme weil dunkle Sachen drin vorkommen die es erspannt machen es haben sich seelenbereit erklärt die dunklen Seiten zu spielen auf dem Planeten es haben sich bereit erklärt die Schurken zu spielen damit die anderen erleben können wie sich das anfühlt über das Ohr gehauen zu werden dabei wachend geben die Seelen die dunklen Wesen spielen das größte Opfer ein weil sie von allen gehasst werden deshalb wertschätze ich heute die Seelen die sie freiwillig dazu erklärt haben die dunklen Rollen zu besetzen ich danke euch durch euch können wir unser Licht sehen erst durch euch wird es möglich dass wir uns bewusst werden was für ein Licht wir sind wie hell wir strahlen jetzt lese ich mal den Chat Markus schreibt Dario danke ganz wundervoll Amu danke Dario Markus wow Herzchen genau das ist es danke dir ganz ganz sehr Amu wunderbar danke Markus du bist ein großer und du hast mich an ihm mit Schokolade zu essen nur esse ich Schokolade Amu sehr gute Idee Markus ja ich esse sehr gerne Schokolade ich weiß nicht ob es so nachahmenswürdig ist aber gut ich muss wieder selber wissen das sind ja alle selbstständig gewesen ina schreibt danke Dario wunderbar bitteschön hellchen mehr habe ich nicht für euch für heute kein Thema aber es ist auch schon spät vielleicht hat der Cheat noch was für euch wenn ihr ihn ganz lieb fragt weil es dann nicht schon im Bett ist Alina schreibt auch Schokolade ist Liebe na wenn sie liebevoll gefertigt ist steckt da auch Liebe drin wie in allen Dingen die wir um uns haben zum Beispiel hier drin da steckt auch Liebe drin wie meine gute Freundin gemacht als sie auf Reisen war Freundschaftsarmband das Bild des Schwarz das lau so und die sind die 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 Cheat! Willst du noch was machen, willst du noch was machen? Nein, es ist schwarz oder, haben Sie gesagt? Weiß nicht, ich habe gerade einen Namen geäckert, aber schon hinter Sabine. Sende doch mal in die normale Qualität, ich glaube das ist besser. Normal ist ganz schön schlecht. Normal hast du nur so ein Pixel-Face. Aber da ist es auch schwierig, es gibt ständig Unterbrechen. Wir brauchen unseren eigenen Kanal, unseren eigenen Server, unser eigenes Internet. Markus hört die Stimme noch ganz normal, aber das Bild ist black. Am besten, ja guck mal, das geht so hoch und das Ding ist hier, heute ist schwach hier die Verbindung. Vielleicht über das WLAN oder die Kabelladen gehen. Ja, am besten, es wird jetzt stoppen und wieder starten. Achtung, technischer Stopp. Jetzt stoppen wir und starten wir wieder.